Zwei Dörfer. Wie komm ich denn jetzt von hier aus nach Oberrieslingen? Anuf zu, ist der Berghof. Den Berg da? Zwei Familien, verfeindet bis aufs Blut. Du Heiland, sag du, wie ich mich da! Und der neue Pfarrer gerät zwischen die Fronten. Was, ich soll zwei Gottesdienste halten? Hast du sicher? Wieso das denn? Mir hasset uns wie Pest. Es wird nix. Ein dunkles Geheimnis. Der Kau sich gar nicht aufgehängt hat. Was? Ober. Ein Baby. Ist gerade los. Was gerade los? Das sieht doch ein Blender mit dem Krugstock. Dein Dochter kriegt den Kniepflin, du bist Großvater. Und ein Testament. Was? Ja, der Vater hat anscheinend vor zwei Wochen ein neues Testament gemacht. Was? Sorgen für reichlich Zoff zwischen Ober- und Unterrieslingen. Was ist mir sowas von schnuck? Der Herr Pfarrer versucht, Frieden zu stiften. Sie dürfen sich keine Schuld geben, Frau Wasbach. Bauer. Entschuldigung. Und trotz aller Widrigkeiten... Ich bin ja ein kleiner Scheiß. ...entdeckt so mancher ganz ungeahnte Gefühle. Nein! ...unser Serienspaß. Garantiert nicht akzentfrei. Was ist ich da? Keine Ahnung. Ich komme nicht wieder, wenn es da nicht mehr so nach Sau steckt. Die Kirche bleibt im Dorf.